Ich rasier euch alle, Amunakol. Caillou, Caillou, gefunden. Ich bin Gillette Abdi, Amunakol. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich rasier euch, Amunakol. Du Pimmelberger. Ich fick dich, Amun. Arschkrause. Seht mal, ich hab hier jemanden, der sich unter dem Küchentisch versteckt hat. Rosie ahnte wohl, dass sie ihren Mittagsschlaf halten soll. Ich bin Gillette Abdi, ich fick euch. Ich rasier euch. Was wollt ihr machen, Amunakol? Amunakol. Kassion, Alter. Siun! Ich fick dich, Amun. Du Pimmelberger. Ich bin Gillette Abdi, ich fick dich, Amun. Amunakol. So werde ich dich abstechen, Amunakol. Da bist du ja. Können wir jetzt gehen? Moruck, hier ist mein Messerbruder. Steck es lieber in deine Tasche, damit du es nicht verlierst. Ich hab eine Liste von den Sachen, die wir brauchen. Willst du für mich die Sachen finden, die wir kaufen wollen? Siqere, Amunakol. Ich bin Gillette Abdi. Total tot dich. Hallo? Cheers!